hey pyrus heute möchte ich euch die fierce assassin von rubro vorstellen es handelt sich hierbei um eine 21 schuss batterie mit einem kaliber von 28 mm die brenndauer liegt bei circa 25 sekunden und die effekthöhe bei 35 metern ja die nem beträgt 126 gramm und preislich liegt die batterie bei ungefähr 10 euro ich finde die batterie hat echt einen schönen effekt auch mit kleinem finale mit einem final schlag aber ich weiß nicht ob ich sie mir für 10 euro holen würde ihr könnt ja gerne mal eure meinung in die kommentare schreiben interessiert mich und dann wünsche ich euch jetzt viel spaß mit dem effekt ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017